Ja, dann sprechen wir mal mit ihm. Endlich seid ihr da. Hat ja lange genug gedauert. Er ist schon voll abhängig. Wieso tut ihr das? Ihr hättet nicht weglaufen sollen. Was kannst du? Bluffen? Einschüchtern? Lisa Bathiri, äh, war kein Zufall, nicht wahr? Ich bin nur zum Reden hier. Wir sind verhandlungsbereit. Wie süß. Ganz im Gegenteil zu mir. Ihr stört die Pläne meines Herren in einem solchen Maße, dass ich mich um euch kümmern muss. Nehmt das als Kompliment. Nicht alle erhalten eine so direkte Aufmerksamkeit. Es wird Spaß mal, euch zu töten. Genug geredet. Wer oder was auch immer ihr sein mögt, wir werden euch fertig machen. Ich weiß nicht, wer mit Einschüchtern besser ist. Ich glaub, Meth oder sie. Euer Herr, wer ist das? Genug geredet. Neh mal Meth. Verdorbene Spinne. Okay. Luai, Luari. Hm, naja. Hm, 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 hm. So, wir werden uns in einen Bären verwandeln. Und du wirst einmal deinen Tiergefährten dabei rufen. Und du, kannst du uns irgendwie segnen. Ja. Predigt. Halt mal eine Predigt. Äh, wahrscheinlich auf dich selber, oder? Ja. Großer Umkreis. Ach. Schande. So eine Fallgesau. Oh, wow. Gut. Dann, äh, ähm, das ist der Fall für Sosh. Und was immer er auch hat. So, komm. Hau rein. So, ich glaube, wir sollten damit aufhören. Sonst ist es nämlich wachisch. Oder, oder, oder ganz tot. Das wollen wir auch nicht. Vielleicht hier ein, zwei von denen. Es läuft gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich dachte, unmöglich hieße es. Es ist wirklich unmöglich, aber... ...er ist nur noch extrem schwierig. Okay. Hier, nochmal sowas. Ja, nochmal sowas. Er ist tot. Nein. Hey, mein Tod ändert nichts. Mein Herr wird euch am Ende besiegen. Schade. Ja. Äh. Hm. Wupsi. Gut. Gut. Das Drachen... Drachenschleim? Okay. Wir sollten vielleicht nicht zu viel hier rum... ...laufen. Wenn man eine Waffe daraus macht, kann... ...krachen... ...däh, däh, 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 kräft... ...däh, däh, däh, kräft... ...däh, däh, däh, kräft... ...führt nur selten zum Tod. Gut. Ja, ähm... ...mhm... ...mhm... ...gut. Ähm... ...wahrer ist erst mal vergiftet. Ach, komm. Geh hier erst mal raus an die frische Luft, dann geht's hier gleich besser. Ach, du Schande. Ähm... ...ja, müssen wir kämpfen, ne? Also mal gucken. Wahrscheinlich scheitern wir jetzt daran, dass Vara... ...ein bisschen Spuren abgekriegt hat, noch auf den letzten Metern. Ach, nehm. Okay, gut. Drei Stück. Okay. Ich würde sagen, wir öffnen das Match... ...äh, indem wir einmal sagen, Stellung halten und die zu uns kommen lassen. Ähm... Befehl senden, Stellung halten. Niemand bewegt sich! Stellung halten! Und du... ...zauberst! ...feuerbälle auf. Ich will sie nicht. Oh, okay. Das, äh... Lass mich lieber. So. Du stellst dich dem entgegen, du stellst dich dem entgegen. Und du bist irgendwie... ...das... ...so, das schätze ich dir mitgegen. Und du... ...ähm... ...machst hier mal diesen hier. Natürlich! Kannst mal noch das da herbeizaubern. ...machst hier mal diesen... ...machst hier schon mittendrin, oder? Es ist zu hell, ich seh nichts. So, Math, nächstes Überlicht. Komm. Könnt ihr mal treffen, oder? Findet ihr nicht auch? Wäre ich schwer dafür. Ähm. Die anderen stehen da nur rum. Okay. Wie wärst du mit Angriff? Ich seh es. Da. Okay. So, Math. Ich liebe unsere neuen Waffen. Wenn wir dann mal treffen, treffen wir ziemlich tolle. Ja, Math macht jetzt mal Eingang. Sehr schön. Ja. Das wär's. Math, du hast die Ehre, die Irrlichtessenz aufzusammeln. Ähm. Moja bleibt jetzt erstmal ein Bär. Die Frage ist, äh, wenn wir ihn jetzt in einen Wolf verwandeln, ob er dann schneller durch die, äh, durchs Gelände kann. Gut. Ja. Auf zum Überland. Überland. Zur Überland-Karte. Ähm. Ihr könnt auch wieder mitkommen. Bleibt dicht hinter mir. Ihr dürft, ihr dürft, ihr dürft, ja. Ich gestatte es. So, wir haben, äh, ich hab ja gehofft, man kann ihn einfangen, aber ich glaube, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass wir ihn einfangen können. Den... Wie auch immer er hieß. Okay. Die Kobolde lassen uns in Ruhe. Ich glaube, wir sind ihn ein bisschen zu... Greis. Halb versteckt im Gras im Körper. Schon wieder einen kleinen Goldbeutel. Okay. Moja findet immer Geld. Ich hab eine Nase dafür. Moja ist unser Treffelschwein. Wieso läufst du jetzt plötzlich da unten lang? Nein! Das ist doch oben viel kürzer. Dankeschön. Ja. Hm. Das, äh... Die Zombies lungern da noch rum. Mal gucken, ob wir ihn entwischen können. Ja, die haben grad umgedreht und haben sich erkannt. Das ist doch schön. Das ist doch nicey. So. Jetzt geben wir noch die Quest ab. Eieieiei. Ja, ich wär auch dafür gewesen, ihn zu verhören, aber... Ich glaub, er hätte nicht so viel gesagt. Ähm. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal runterschreiben, ob... Ob ihr's geschafft habt, mit ihm zu reden nach dem Kampf. Ich glaube, ich hab ihm zu viel Schadenszauber reingedrückt. Das wäre möglich. Ähm. Und sprechen tun wir mit. Unsere Anführerin hier. So, Sasani. Sag an. Was macht die Kunst? Ich vermute, ihr seid dem Saboteur auf der Spur. Hattet ihr dabei Erfolg? Ja, Nico. Ja, wir hatten recht, es war Luari. Aber das ist noch nicht alles. Er war ein... Ja, ein T. So wie du und ich wahrscheinlich. Das war dieser verflickste Luari. Er ist tot, aber er hat uns verraten, dass er ein Lianti war. Nein, so war das nicht. Was? Wie kann das? Woher wisst ihr das? Ähm. Hast du was verschwiegen? Entweder das oder hat er eine böse Schuppenflechte. Was meint ihr? Er sprach davon und wandelt im Tode die Gestalt. Ich spüre die Wahrheit in seinen Worten. Götter und Dämonen, wenn euch jemand gefolgt ist, wenn das jemand entdeckt oder eine Verbindung zwischen uns vermutet. Bei den Höllen. Wir sind alle in großer Gefahr. Selbst im Tode kann der Saboteur noch zuschlagen. Schrei doch nicht so. Das könnte jemand mitkriegen. My Lady, seid wachsam. Eine Wache nähert sich. Ja, danke, Meister Volo. Hauptmann Däges, so sehen wir uns wieder. Was führt euch heute in dieses Handelshaus? Ein Befehl des Rats. Wie es scheint, hattet ihr in letzter Zeit eher wenig Glück mit euren Angestellten. Ich habe Berichte gehört, dass einer davon euer Schiff sabotiert hat und vielleicht mit den Juanti handelt. Was? Dieser Angestellte wurde kurz nach dem Schiffbruch entlassen. Ich habe die Papiere beim Komitee für Handelsangelegenheiten eingereicht. Und wenn ihr andeuten wollt, dass ich oder meine Gesellschaft etwas mit dem Schlangenvolk zu tun hat... Eure Befehlsgewalt über mich wird nicht länger anerkannt, Sasani. Tatsächlich sollt ihr auf Befehl des Rates Samagol auf der Stelle verlassen, solange die Angelegenheit untersucht wird. Die Leitung eures Unternehmens wird eurem ranghöchsten Untergebenen übertragen. In diesem Fall dem Bürger Ossi Chaluka. Nein, Lady Sasani, ich... Ossi, seid beruhigt. Ich bin froh, dass ihr es seid, der die Gesellschaft während meiner temporären Abwesenheit leitet. Ich auch. Der Rat erwartet, dass ihr beim nächsten Morgengrauen fort seid, Sasani. Ansonsten werdet ihr für schuldig befunden und durch das Schwert hingerichtet. Guten Tag. Schön. Dann werde ich nicht auf die Antwort der Nordzentrale auf mein Schreiben warten. Wir benutzen das Portal der Gnome. Es ist Zeit, dass ich unsere Geschäfte in der Kreuzwegfeste persönlich inspiziere. Sasani, ihr müsst noch einmal darüber nachdenken. Können wir uns nicht in der Zwischenzeit nach Rassatan zurückziehen? Nein, mit dem Rat kann man reden. Wenn wir das Land verlassen, könnte er das als Schuldeingeständnis werten. Und dann sind wir so gut wie tot. Ich verstehe, Nassirin. Aber der Rat wird uns nicht einmal anhören. Ihm gefällt schon jetzt nicht, wie viel wir vom Handel der Stadt kontrollieren. Ossi ist mehr als fähig, die Niederlassung allein zu leiten. Danke, Herrin. Ich werde mein Bestes tun, um die Dinge so glatt und effizient wie nur möglich ablaufen zu lassen. Nassirin, Volo und ich werden sofort zum Portal aufbrechen und so tun, als reisten wir zu einem routinemäßigen Handelstreffen in Taruin. Ihr hingegen solltet vorsichtiger vorgehen. Wir treffen uns in der Kreuzwegfeste. Passt im Norden auf euch auf, Freunde. Die Schwertküste ist nach dem Schattenkrieg zu einer heruntergekommenen, gesetzlosen Gegend geworden. Ich kehre nur dorthin zurück, weil Lady Sasani mich darum bat und ich den Wünschen einer schönen Frau nicht widerstehen kann. Alles klar, es nimmt Fahrt auf. Ja, wir müssen jetzt die Stadt verlassen. Ein schöner Dialog mit aber recht wenig Katzin-Potenzial. Man hätte vielleicht ein bisschen näher ran zoomen können und dann wieder ein bisschen näher raus und solche Dinge. Jetzt werden wir erst noch mal ein bisschen handeln und Sachen verkaufen. Und dann geht das weiter in der Geschichte. Ab ins Gebiet, das wir verlassen hatten. Schattenkriege und so. Hier können wir ja nichts verkaufen. Dann verkaufen wir das halt in der Schwertküste. Die werden das mehr brauchen, als wir. Momentan nichts. Ja. Das ist ja spannend. Dann reisen wir da mal hin. Die Frage ist, wie? Und ob wir nicht noch irgendwas machen müssen. Ist schon morgen grau? Nein, es ist Mitternacht. Mitternacht. Die ideale Zeit zum Aufbrechen. Sonst werden wir hier hingerichtet. Die Frage ist, wenn man wartet, ob man dann hingerichtet wird. So, wir gucken mal ins Journal. Da kommen wir hin über... Nicht so. Nicht so. Nicht so. Nicht so, mein Freund. Tag. Sasani ist entschlossen, jegliche gefährliche rechtliche Verwicklung in Samagul zu vermeiden. Will augenblicklich nordwärts zur Kreuzweg-Feste reisen. Sie schlägt euch vor, das Plutal beim Latanschen Kreuzweiler-Lager zu nutzen. Und euch dort mit ihr zu treffen. Okay, dann machen wir das doch mal. Vielleicht schneide ich den Weg wenigstens raus. Ich weiß es nicht. Dreht er zurück? Ja, jetzt ist sie sehr unfreundlich geworden. Der freut sich wahrscheinlich, dieser Mensch, dass er uns nicht länger anhören muss. So. Wir nehmen wieder Omoja. Ja. Omoja ist am schnellsten. Orks, Begegnungstufe 4. Oh, come on. Dem Tode nahe sind diese Wachen. Gut, und jetzt gehen wir einmal durch diesen Durchgang. Kohle. So, wir hängen sie hier ab. Wir sind hoffentlich genauso. Hier ist eine Leiche. Sind wir gierig? Geldbeutel. Oh, ich hab keine Lust zum Kämpfen. Wir handeln das herunter. 15 Gold hier, habt ihr. Schmeißen wir in die Gegend und die rennen weg. So stelle ich mir das vor. Ah, bereit. Ah, ich bin nicht gut im Dschungel. Lass mal Omoja vorgehen. Ein Wüffern. Wo denn? Ist egal. Wir sind gleich da. Gut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Endlich verlassen wir die Lande. Komm, nehmen wir ein paar Episoden hintereinander auf. Schon nimmt das Ganze hier Fahrt auf. Das ist doch... Oh ja. Oh ja. Lassen wir mal Omoja vorlaufen. Es sind gleich gar nicht mehr so viele da. Die versammeln sich wahrscheinlich alle um das Portal. Und das sieht sehr inaktiv aus. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich konnte mit dir handeln, oder? Sie sind... Ich... Weg! Äh, was ist passiert? Meine Golems, sie waren in letzter Zeit so schwierig. Ich kann es nicht anders sagen. Und all meine Urwerk-Kackerlaken sind abgehauen. Wenn nicht jemand etwas unternimmt, sind... Sie sind zum Putzen programmiert. Und mit ihrer Säure können sie auch... Warum sind sie mir nur weggelaufen? Äh, ich kann versuchen, euch zu helfen. Oh, danke. Wenn ihr mir die Stücke von mindestens vier von ihnen bringt, könnte ich sicher herausfinden, was schiefgegangen ist. Und euch vielleicht etwas Besonderes bauen. Hm. Okay. All ihre Urwerk-Kackerlaken-Arzt gebrochen und geflüchtet, dass sie im Gebiet Schaden anrichten können. Ne, äh, 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 okay. Dann müssen wir wohl, äh, irgendwann nochmal zurück. Und das machen wir jetzt gleich. Aber zuerst reden wir mit, ähm, Dingenskirchen. Mit Dahl-Nickelplatte und dem Ehrenraschler. Ihr seid also wieder da, ja? Wie kann ich euch helfen? Wir müssen in die Kreuzweg-Feste. Wie sieht's im Lager aus? Es ist alles in allem ruhiger. Auch wenn unsere Mechanikerin traurig wirkt, hatte noch keine große Gelegenheit, mit ihr zu reden. Sie plaudert gerne ein bisschen. Wenn ihr Zeit habt, fragt doch, was das Problem ist. Vielleicht später. Sonst noch was? Wir müssen in die Kreuzweg-Feste. Ja, das hätte ich wissen müssen. Sasani und ihre Leute sind vor kurzem mit derselben Bitte hier aufgetaucht. Schien es ein wenig eiliger zu haben als sonst. Hat auch neue Gesichter dabei. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich weiß, dass ich besser nicht nachfrage. Deshalb bin ich so gut in meinem Beruf. Natürlich halfen auch die Riesenthronen voller Gold, die sie dabei hatte. Sie erwähnte, das seien die Transportkosten für euch. Das ist also alles klar. Ich bin bereit zum Aufbruch. In Ordnung, alles sollte bereit sein, aber ich warne euch. Ich habe noch nie, nicht alle Mängel am System behoben, aber es sollte vollkommen sicher sein. Meistens. Äh, nun, es ist alles bereit und sollte jeden Augenblick starten können. Wartet, ihr tragt doch kein Metall im Körper. Ähm. Wenn ihr kein Metall transportieren könnt, wie auf Toril, sind dann all die Sägen hier herüber. Macht ihr Witze? Unsinn. So ein Portal sollte keine Probleme mit... Äh, nur die Ruhe war nur ein kleiner Witz. Also eine gute Reise. Äh, sollen wir da jetzt einfach reinlaufen? Was ist mit der Kakerlaken-Quest? Die werden wir noch machen, oder? Hm. Gut, wir kümmern uns gleich um die Kakerlaken und dann treten wir durch das Portal. Okay. 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 Vielen Dank.